Hallo Leute, herzlich willkommen zum weiteren Minecraft 1.7 Tutorial und mit der 1.7 kamen sehr viele neue Mob-Heads dazu. Hier zum Beispiel mal ein Blaze-Mob-Head oder hier ein Chicken-Mob-Head und ja hier erstmal die ganzen neuen Heads, die es gibt. Also auch Schafe oder hier ganz süß auch die Tintenfische. Außerdem gibt es jetzt auch Block-Heads, also hier zum Beispiel ein Kaktus-Head oder auch ein Kisten-Head, Melonen oder hier zum Beispiel Oakwood oder ein Pumpkin oder hier zum Beispiel TNT. Also das ist hier der eine TNT-Kopf und das hier der andere. Außerdem gibt es auch Pfeile nach oben, unten, links und rechts und außerdem noch Aufrufezeichen und Fragezeichen. Und eine sehr geile Neuerung ist, dass man auch seinen eigenen Kopf kriegen kann. Jetzt zur Frage, wie man diese ganzen Köpfe kriegt. Dafür braucht ihr diesen Command, also hier einmal Slash-Gift, dann an die dichtesten Spieler und dann die ID 397, dann ein Stück davon und dann die 3, die 3 ist sozusagen die Art, also es gibt mehrere Arten. Die 1 ist zum Beispiel der Steve-Head und ja die 3 ist sozusagen diese Skill-Owner und ja deswegen halt die 3. Dann die geschwungene Klammer, dann Skill-Owner, Doppelpunkt, Anführungszeichen und dann halt jetzt zum Beispiel Shaw-Kai. Ihr könnt auch euren Username nehmen, dann Anführungszeichen oben und dann die Klammer wieder zu. Und dann bekommt ihr euren Kopf und dann steht da zum Beispiel Kopf von Shaw-Kai und jetzt sieht man mal meinen Kopf sozusagen. Wichtig ist, das Ganze funktioniert nur, wenn ihr im Online-Modus spielt, also das heißt, ihr braucht eine Internetverbindung. Sonst sehen die ganzen Köpfe wie dieser Steve-Head aus und ja. Auch noch geil ist, wenn wir hier auf diesen Knopf draufdrücken, dann kommt ein Skelett raus, was einen Gronkopf aufhat. Und das Ganze kriegt man, indem man hier in diesen Command-Block eingibt. Mit Slash-Summon, also der Spawn-Befehl-Skeleton und dann an die Koordinaten über, also einen über dem Command-Block. Mit dem Equipment und jetzt ist wichtig, dass ihr hier die ganzen offenen und geschlossenen Klammern hinmacht. Weil das hier ist, was es in der Hand haben soll. Dann, ähm, was es halt an den Füßen, an den Beinen und an der Brust haben soll. Und dann halt, was es auf dem Kopf haben soll. Und da gibt er ein, ähm, Damage-3, das ist sozusagen die Art. Also, ich hatte ja erklärt, eins ist zum Beispiel der Steve-Head. Und dann die ID, 397. Und dann, ähm, Tag. Und dann Skill-Owner. Und dann halt wieder Gronk. Ja, so sieht der Command aus. Und fertig. Und dann spawnen wir hier halt ein Skelett, was einen Gronkopf aufhat. Und alle Commands, um diese ganzen Köpfe zu kriegen, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und ja, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.